Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnab.de und heute mache ich was Ungewöhnliches, nämlich ein Video über einen Esstisch von Ven Jakob, denn das Modell heißt 204. Es ist ein runder Esstisch, in Eiche, Rustico, hell geölt mit Auszug. Und die Auszüge von Ven Jakob sind einfach klasse. Zum Ersten, Sie haben hier einen Mittelfuß, sehr solide, mit Metallplatte unten, Edelstahlfarben, mit Holzsockel, so geschnitten, sieht sehr schön aus und vor allen Dingen sind keinerlei Füße hier im Weg. Sie haben hier zwei Verschlüsse, die müssen wir öffnen. Hier, der ist schon offen, das sehen Sie jetzt nicht, den tun Sie einfach nach oben auf der anderen Seite auch und dann können Sie ganz einfach das ausziehen. So, Sie haben hier eine Einlegeplatte drin, die ist, wie breit, steht hier nicht drauf, aber die ist ungefähr 50 breit, schätze ich. Sie haben hier einen Ledergriff, da gehen Sie ran, ja, zack, nicht ganz so stark fallen lassen vielleicht, zack. Und jetzt kann man das da unten auch wieder verschließen und dann ist das absolut stabil. Und damit haben Sie eine große Tafel, wo Sie hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute dran bringen, locker. Und wenn die Gäste wieder weg sind, machen Sie einfach hier auf, das Ding auseinander, lassen es nicht so plumpsen. Tischbaden im Tisch verstaut, so damit und die Sperre dran und fertig ist der Esstisch. Ein tolles Produkt aus dem Hause, wenn Jakob für mich der beste deutsche Tischhersteller mit Funktion und ein runder Tisch ist immer sehr kommunikativ. Problem, dieser Tisch kostet im Laden ungefähr zweieinhalbtausend Euro. Lösung, wir haben ein Schnäppchen aus Kundenstörner bekommen, nämlich dieses hier, 1.194 Euro plus 99 Euro Versand über zwei Mann Möbelspedition. Sie müssen dann bloß noch den Fuß an die Platte schrauben, es wird bis ins Esszimmer getragen, auspacken, zusammenschrauben, fertig. Yo, profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas und Markentische sagt Danke. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an 0173 80 89 748 oder E-Mail shop at profischnapp.de. Danke und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.